Kür die MTG, der High Power Magic Commander Podcast. Herzlich Willkommen, ich bin Konrad und ich möchte heute Zuhörerfragen von Florian aus Leipzig beantworten. Und zwar ist die Frage, was tun gegen Decks mit extra Land Drops? Wir haben zum Beispiel ein EZ und ein Gitrock Deck in der Runde, aber wenn der Spieler doppelt so viele Länder hat wie ich, ist der Sieg nahezu unausweichlich. Board Vibe wird schnell wieder aufgebaut und so weiter, Mass Artifact Removal gegen Mana Rocks ist ja erlaubt, Land Mass Destruction eher nicht. Was hast du denn da für Ideen? Was gibt es für Karten, um den Spieler zumindest zurück aufs selbe Level zu bringen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich das Problem auch selber hatte, als ich meine relativ starken Decks abgeschwächt hatte, um eher casual spielen zu können, dass man dann manchmal gegen genau solche Decks spielt, die sehr linear sind, sehr verletzlich, aber das ausnutzen, dass man also diese soziale Absprache hat, zum Beispiel kein Mass Land Destruction zu spielen oder keine schnelle Kombo und die daraufhin dann optimiert sind. Und was mir da als erstes einfällt, ist, dass das ja eigentlich dann auch keine casual Decks mehr sind. Also wenn ich so ein hochoptimiertes Deck habe, was zwar nicht schnell ist, aber dafür extrem konsistent und extrem stark im Late Game, dann würde ich das schon eher als High Power Deck bezeichnen. Das heißt, das Erste, was man natürlich machen könnte, ist mit den Leuten reden und sagen, hier, guck mal, du hast hier die letzten fünf oder die letzten zehn Spiele in Folge gewonnen mit deinem Länderdeck, vielleicht packst du mal was anderes raus. Ich mache das zum Beispiel meistens so, dass ich mehrere Decks mitbringe und immer mit meinem Lieblingsdeck anfange und das so lange spiele, bis es gewinnt und dann tausche ich es aus. Oder wenn es halt mal dreimal, viermal hintereinander nicht gewinnt und die Leute aber keine Lust mehr drauf haben und sagen, hier, spiel doch mal was anderes, dann mache ich das auch. Aber das passiert also oft so, dass gerade diese langsam, aber extrem konsistenten Decks von den Spielern selbst als gar nicht so stark wahrgenommen werden und dann hilft es oft einfach mal drüber zu reden und zu sagen, hier, du, wir wollen hier eigentlich ein bisschen casual spielen, kannst du vielleicht was anderes spielen, was nicht ganz so konsistent ist oder nicht ganz so krass stark im Late Game ist. Aber vielleicht ist es ja so, dass die alle so einen Spaß mit diesen Decks haben oder die wollen auf diesem Niveau spielen und ihr wollt euer Power Level also daran anpassen oder die haben halt kein anderes Deck, dann ist natürlich die Frage, hm, okay, wie kann ich jetzt mein Deck verbessern, um dagegen standzuhalten? Und wir können uns zuerst mal überlegen, was es da für typische Land Commander gibt. Also zum Beispiel der angesprochene Easy, der kostet sechs Mana, ist eine 5,5 und der sagt, dass man ein zusätzliches Land in jedem Zug spielen kann und immer wenn ein Land ins Spiel kommt unter der Kontrolle des Besitzers von Easy, dann darf derjenige oder diejenige eine Karte ziehen. Und da fällt mir natürlich sofort auf, dass das eine sehr, sehr große Kreatur ist. Da kann man also mit Counterspells arbeiten, denn wenn die erstmal im Spiel ist, das ist oft so bei solchen Commandern mit solchen statischen Fähigkeiten, kann man meistens sagen, ich behalte die Priorität und dann kann ich erstmal ein Land spielen und dann ziehe ich eine Karte und dann habe ich immer noch die Priorität. Ach nee, dann kriege ich aber den Trigger von dem ersten Land, was ins Spiel kommt und dann kann ich reagieren und ihn zerstören. Das wäre also eine Möglichkeit. Das heißt, gerade bei dem Easy wäre also das Beste, das zu countern. Zum Beispiel, wenn ich blau spiele mit einem Mana Drain, dann habe ich auch ein sehr schönes Ramp. Das heißt, nicht nur der grüne Spieler rampt sich, sondern ich rampe mich auch um sechs Mana. Oder wenn das nicht geht, dann muss also der Easy-Spieler aufpassen, der sagt, ich behalte Priorität und spiele dann sein erstes Land. Und dann, wenn ihr aber den Instant Speed Removal Spell habt, könnt ihr also darauf reagieren. Das ist also oft eine sehr gute Idee, diese landbasierten Commander zu countern oder zu entfernen. Ähnlich ist das beim Gitrock Monster. Das kostet fünf Mana, davon eins schwarz und eins grün. Hat Death Touch, was jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber es ist eine 6-6. Und es sagt, am Beginn deiner Versorgungsphase musst du das Gitrock Monster opfern, außer du opferst ein Land und du kannst in jedem Zug ein zusätzliches Land spielen. Außerdem sagt das noch immer, wenn ein oder mehr Länder in deinen Friedhof irgendwo hingelegt werden oder gelangen, dann darfst du eine Karte ziehen. Und dann gibt es noch andere solche ähnliche beliebte Land Commander, zum Beispiel Azusa, die sagt, man kann zwei zusätzliche Länder in seinem Zug spielen. Oder Tatjowa, die sagt immer, wenn ein Spiel unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kriegst du ein Leben und kannst eine Karte ziehen. Und was vielleicht noch auch gern gespielt wird, ist Titania. Da bekommt man, das ist eine 5-Mana, zwei grüne davon, 5-3-Kreatur, Elementar. Und die sagt, wenn sie ins Spiel kommt, kann man ein Land aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Und immer wenn ein Land, das man kontrolliert in den Friedhof kommt, bekommt man ein 5-3-Elementar-Kreaturentoken. Und was es vielleicht auch noch gibt, es oft gibt, ist Lord Windgrace. Das ist ein Planeswalker, der auch der Commander sein kann. 5-Mana, schwarz-rot-grün. Und der hat eine Plus-2-Fähigkeit, wobei man eine Karte abwirft und eine Karte zieht. Und wenn das eine Landkarte war, die man abgeworfen hat, darf man noch eine Karte ziehen. Außerdem kann er, wenn man Minus-3 ausgibt, also er startet mit 5, kann man zwei Länder vom Friedhof ins Spiel bringen. Und für Minus-11 kann man bis zu 6 nicht Land-Permanents zerstören und bekommt 6-2-2 grüne Katzen-Krieger-Spielsteine mit Forest Walk. Omnath wird auch noch gerne gespielt. Da gibt es ja zwei, der einer, der 5-5 Tokens macht mit Landfall. Und wenn ein Elementar stirbt, macht er drei Schaden. Und dann gibt es auch noch Omnath, den Locus of Creation. Der kostet Rot, Weiß, Blau und Grün. Er zieht eine 4-4, zieht eine Karte, wenn er ins Spiel kommt und hat auch einen Landfall-Trigger, dass man beim ersten Mal, wenn ein Land ins Spiel kommt, im Zug vier Leben kriegt. Beim zweiten Mal kriegt man rot-grün-weiß-blaues Mana. Und beim dritten Mal macht er vier Schaden zu jedem Gegner und jedem Planeswalker, den man nicht selber kontrolliert. Also ihr seht, die Land-Commander sind schon ein bisschen unterschiedlich. Kommt also immer darauf an, was die so machen. Aber die haben also viele Triggered-Abilities. Das könnte man also abstellen. Am besten natürlich, man countert die oder zerstört die gleich. Oder auch Anti-Draw-Effekte helfen. Aber gucken wir uns doch erstmal so diesen grundsätzlichen Spielplan von so einem Casual- oder High-Power-Ramp-Land-Deck an. Denn die Competitive-Decks, die funktionieren ja oft eher combo-fokussiert. Aber die Decks, die hier angesprochen werden, sind ja die, die eher im frühen Spiel sehr viel rampen. Dann gibt es Karten wie Exploration, Verzauberung für ein grünes Mana, dass man zusätzliches Land spielen kann. Oder Sachen wie Nature's Lore oder Three Visits. Für zwei Mana kann man einen Wald ins Spiel bringen. Dann gibt es Cultivate, sehr bekannte Casual-Commander-Karte für drei. Wobei man ein Basic-Land ins Spiel und eins auf die Hand bekommt. Und sehr beliebt sind natürlich auch Sachen, mit denen man Länder aus dem Friedhof spielen kann. Das bietet sich besonders mit Fetchlands an, da man die ja beim Benutzen in den Friedhof gelegt bekommt. Da wäre es beispielsweise der Ramunab-Excavator und Crucible of Worlds als Kreator bzw. als Artefakt. Und Life of the Loam ist auch noch sehr gut für diesen Spielplan, weil man damit drei Länder aus dem Friedhof auf die Hand bekommt für zwei Mana, eins davon grün. Und mit Dreads 3 kann man das in jedem Zug auch wieder auf die Hand nehmen. Und besonders praktisch zum Beispiel mit Otsusa. Wenn man drei Land-Drops hat, kann man beispielsweise drei Fetchlander spielen und die alle in den Friedhof legen. Und hat halt nie eine leere Hand, weil man das mal mit Life from the Loam wieder alles zurückholt. Dann sind natürlich auch Karten mit Land-For-Triggers gut, wie beispielsweise die Lotus-Cobra. Die sagt ja, dass man jedes Mal, wenn ein Land ins Spiel kommt, dann bekommt man ein beliebiges Mana. Und das ist auch wieder besonders gut mit Azusa, wenn man drei Länder ins Spiel bringen kann. Vielleicht noch drei Fetchlands, dann bekommt man sechs Mana mit der Lotus-Cobra. Und kann also schnell extrem gut rampen. Dann gibt es das Oracle of Muldaya. Auch eine sehr, sehr gern gespielte Karte für vier Mana, zwei, zwei. Die sagt, dass man von oben Länder spielen kann und man kann, also von oben von der Bibliothek. Und man kann ein zusätzliches Land pro Zug spielen. Dann gibt es da auch noch den Cursor of Crufix, der drei Mana kostet, aber nicht ein zusätzliches Land spielen kann, sondern nur Länder von oben. Aber ich benutze in letzter Zeit, außer im Verzauberungs-Deck, weil es ein Verzauberungs-Kreator ist, aber in allen anderen Decks, spiele ich dann lieber den Orgor of Autumn, weil der auch zwei Grün und ein beliebiges kostet. Und bei dem kann man auch Länder von oben spielen. Aber er hat zusätzlich noch die Eigenschaft, dass wenn man drei oder mehr Kreaturen mit unterschiedlichen Stärkewerten hat, dann kann man nämlich auch die Kreaturen von oben von der Bibliothek spielen. Ja, das heißt, man hat also den Ramp und dann später kommen diese Value Engines. Es gibt beispielsweise auch den Tireless Provisioner für drei Mana, eins davon grün, eine 3, 2 und jedes Mal, wenn ein Land bei einem ins Spiel kommt, kriegt man einen Food Token oder einen Treasure Token. Das heißt, wenn man dann sehr viele Länder generiert und damit sehr viel Mana hat, kann es sehr oft passieren, dass man keine Karten mehr auf der Hand hat. Und mit dem Tireless Provisioner kann man sich dann Treasure Counter, also Treasure Tokens generieren und die dann wieder opfern, um Karten zu ziehen, damit diese Engine so ins Rollen kommt. Das heißt, es wäre blöd, wenn man irgendwann mit 20 Mana dasteht, aber nichts damit machen kann. Aber der Tireless Provisioner, der füllt das wieder auf. Und das ist hier die erste Stelle, wo ihr reingrätschen könnt, indem ihr nämlich diese ganzen Value Engines zerstört. Also man will ja wahrscheinlich eher nicht Nature's Law countern, man muss sich auch um die anderen Spieler kümmern. Und ja, im 1 gegen 1 wäre das vielleicht auch so eine Sache, wo man noch ein Cultivate countern könnte, aber meistens hat man einfach den Luxus nicht. Aber wenn ihr Removal übrig habt oder am besten, wenn ihr Removal habt, was mehrmals benutzt werden kann, zum Beispiel in Oko, dann bietet es sich also sehr stark an, hier schon mal dazwischen zu grätschen und dieses Deck schon mal früh zu stören, dass es gar nicht erst in diese krasse Value Engine reinkommt, indem ihr zum Beispiel den Ramunab Excavator zerstört oder Crucible of Worlds oder Oracle of Muldaya. Das sind alles solche Karten, die je länger das Spiel gehen, immer mehr und immer mehr Wert generieren. So, wenn man da aber nichts macht oder das Spiel einfach lange genug geht, dann kommt der Landspieler einfach irgendwann an diesen Punkt, wo er sehr, sehr, sehr viel Mana hat. Und wenn man Pech hat, hat er also auch genug gute Payoffs auf der Hand, zum Beispiel den Avenger of Zendikar oder das Field of the Dead ist auch sehr praktisch, wenn viele Kreaturen gespielt werden, denn solange man sieben oder mehr Länder mit verschiedenen Namen hat, bekommt man jedes Mal, wenn ein Land ins Spiel kommt oder das Field of the Dead ins Spiel kommt, einen 2-2 schwarzen Zombie-Token. Und das ist halt eine sehr, sehr starke Fähigkeit, weil es einfach nur ein Land ist, das Field of the Dead, was zwar getappt ins Spiel kommt, aber es gibt einem immer noch ein farbloses Mana und dafür, dass es ein Land ist, finde ich, ist es schon ein sehr, sehr starker Effekt. Ja, und dann gibt es verschiedenste andere Payoffs, wie beispielsweise Ren and Seven, der alle Karten aus dem Friedhof auf die Hand nehmen kann oder alle Länder aus dem, aus der Hand ins Spiel bringen kann. Oder Aschaya ist auch sehr, sehr stark. Die habt ihr vielleicht schon in anderen Videos von mir gesehen. Die ist also so stark und widerstandsfähig, wie man Länder hat, kostet 5 Mana und sagt, dass die eigenen Kreaturen zu Wäldern werden. Das heißt, wenn sie nicht mehr Summoning Six sind, kann man sie also auch die eigenen Kreaturen für grünes Mana tappen. Und es schützt einem auch beispielsweise vor Sachen wie Cyclonic Rift, die nur Nicht-Land-Kreaturen auf die Hand nehmen. Und dann kann man natürlich da alles Mögliche an anderen großen Threads spielen, beispielsweise Warring Klex oder Cozy Lake Butcher of Truth oder den Void Vinoir. Oder wenn man es noch mehr übertreiben will, kann man auch den Nyx Bloom Ancient spielen. Das ist eine relativ neue, naja, von 2020, 7 Mana, grüne 5-5-Kreatur mit Trampeln. Und die sagt, wenn man eine permanente Karte für Mana tappt, dann produziert es dreimal so viel Mana. Also da kann man das Ganze noch auf die Spitze treiben. Und mit Karten wie zum Beispiel der Gletscherspalte. Das ist ein Land, was zwei Leben kostet als kumulative Versorgung. Und wenn es ins Spiel kommt, muss man ein Land opfern. Aber dafür kann man nicht angreifen. Und aller Schaden, den man bekommt, wird auf null reduziert. Und da man ja, wie vorhin gesehen, mehrere Möglichkeiten hat, Länder aus dem Friedhof zu spielen oder aus dem Friedhof ins Spiel zu bringen, ist man also sehr, sehr stark in diesem späten Spiel. Wenn man erstmal gerammt hat, dann selbst wenn die Gegner einem angreifen, kriegt man halt keinen Schaden durch die Gletscherspalte. Und selbst wenn das Board, wie Florian gesagt hat, gevibt wird, dann hat man halt immer noch so viel Mana, dass man sofort wieder an den Vorteil reinkommt. Das ist also eine sehr problematische Situation, die man am besten vermeiden sollte, dass die überhaupt passiert. Denn wenn es einmal so weit ist, wie gesagt, hat der Landramp-Spieler einfach so einen großen Ressourcenvorteil, dass er einfach dadurch gewinnt, dass er sich viel, viel schneller immer wieder aufbauen kann. So, was kann man jetzt dagegen machen? Na ja, wie gesagt, das ist halt kein Casual Deck. Entweder sagt dem Landramp-Spieler hier, spiel mal was anderes. Oder wenn der das halt nicht einsieht oder ihr sagt, okay, ich möchte jetzt aufs selbe Level kommen, dann müsst ihr halt einfach gewinnen, bevor diese Situation entsteht. Eine Möglichkeit wäre Kombos. Es gibt natürlich diese kompetitiven Kombos, wie Demonic Consultation, Tazas Oracle oder Ad Nauseam oder was mit Underworld Breach und Food Chain und so. Allerdings sind das nur die kompetitiven Kombos. Also da rate ich euch ab, das im Casual- oder selbst High-Power-Bereich zu spielen. Also ich hatte es in mehreren High-Power-Decks mal Demonic Consultation und Tazas Oracle drin, aber es ist einfach super langweilig, weil man dann halt in Runde 3 gewinnt und dann, ja, das passt halt nicht rein. Also das ist halt dieser schwierige Balanceakt. Man muss halt, wenn man gegen solche Value-starken Decks spielen will, ist es halt sehr schwer, sich da richtig auszutarieren. Man will natürlich nicht total chancenlos sein und gar keine Win-Condition haben, aber wenn man eine zu effiziente Kombos ist, ist das eigene Deck dann wieder zu stark. Mein Tipp wäre dann eher auf ein bisschen weniger effiziente Kombos zu setzen, die vielleicht mehr Mana kosten oder und auch nicht unbedingt sicher zum Sieg führen, sondern einfach einen starken Vorteil bringen. Zum Beispiel bei uns wird momentan gerne Bolas Zitadelle zusammen mit Eterflux Reservoir gespielt. Die Bolas Zitadelle ist ja ein Artefakt für 6 Mana, 3 davon schwarz. Und das sagt, man kann Karten von oben von der Bibliothek spielen, indem man Leben in Höhe der Mana Kosten bezahlt. Und das Eterflux Reservoir ist ja ein Artefakt für 4 Mana. Und das sagt immer, wenn man ein Speycastet, dann bekommt man ein Leben für jeden Spruch, den man in diesem Zug schon gespielt hat, also wie Storm. Und für 50 Leben kann man dann 50 Schaden schießen. Oder es gibt solche Kombos wie Exquisite Blood und Sanguine Bond, wo man auch, sobald man irgendwie Leben bekommt, Schaden machen kann und dann durch diese Kombo alle Gegner besiegen kann. Ist halt dadurch, dass sie insgesamt 10 Mana kostet, jetzt nicht so schlimm, wie zum Beispiel ein Underworld Breach oder Tassas Oracle Combo. Aber es sorgt halt dafür, dass man das Spiel irgendwann abschließt. Denn wie gesagt, wenn ein Landdeck mit 20 Ländern dasteht, hat man halt keine andere Wahl mehr. Und das ist halt dann entweder die Frage, okay, entweder ich spiele halt Casual und sage, gut, wir spielen hier ohne Kombos, dann sollte man sein Deck aber auch nicht so aufbauen, dass es irgendwann 20, 30 Länder im Spiel hat und unbesiegbar ist. Oder man sagt halt, okay, es ist halt alles möglich, dann muss ich halt auch Kombos einbauen können. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Druck aufzubauen und das Spiel irgendwann zu beenden. Das habt ihr ja auch ähnlich in meinem letzten Video oder Podcast gehört, wo es um Anti-Bord-Vibes gab. Das war ja dasselbe Problem, dass man also bevor die Situation eskaliert irgendwie Druck aufbauen muss. Wenn man zum Beispiel den Landramp-Spieler mit dem Bright Steel Colossus angreift, kann er halt auch nicht mehr rampen. Also Spieler-Removal ist auch Landramp-Stop. Da gibt es zum Beispiel einen bei uns, der spielt Satoru Ume Zawa. Und da kann es einfach schon sehr, sehr früh, sagen wir mal Runde 4 zum Beispiel, schon passieren, wenn man da einfach keine Interaktion hat. Dann wird man einfach vom Blight Steel Colossus überrollt und ist direkt tot. Und damit zwingt man natürlich die Leute, ihre Landramp-Decks auch nicht ganz so greedy aufzubauen. Wenn die sagen wollen, okay, ich habe halt null Interaktion und mein ganzes Deck besteht nur aus Ramp, und Payoffs, dann müssen die vielleicht zwei, drei Mal mit einem Blight Steel Colossus angegriffen werden. Und dann sagen sie vielleicht, okay, ich baue vielleicht doch mal irgendwas in mein Deck, was vielleicht nicht rampt, sondern eine Kreatur zerstört. Und dann ist das Deck vielleicht auch nicht mehr so ganz so konsistent. Dann, wenn man aber sagt, okay, das ist mir jetzt schon wieder zu kompetitiv, es ist halt ein schwieriger Balanceakt gegen solche Decks, weil man halt genau dieses Power-Level da austarieren muss. Aber was auch sehr lustig ist, wenn ihr einfach sagt, ihr habt einfach keinen Bock auf dieses ewige Land-Gerampe. Es ist euch schon egal, ob ihr gewinnt oder jemand anders, aber Hauptsache dieses Land-Gerampe hört auf. Dann ist Eureka auch eine sehr, sehr schöne Karte, leider mittlerweile ziemlich teuer. Ich habe auch keine, aber wenn ihr ein proxy-freundliches Meter habt, ich finde es auch immer eine sehr lustige Karte, die kostet Hexerei für zwei Beliebiger und zwei Grüne. Und die sagt, dass alle Spiele alle ihre Permanents aus ihrer Hand ins Spiel bringen. Und ja, wie gesagt, die Chance ist jetzt nicht so mega hoch, dass ihr gewinnt. Außer euer Deck besteht halt nur aus sehr, sehr großen Kreatoren, aber es sorgt immer für lustige Situationen. Und ja, es sorgt halt dafür, dass nicht der mit den meisten Ländern die meisten Kreatoren spielen kann, sondern jeder bringt einfach seine ganzen Kreatoren und andere Permanents aus der Hand ins Spiel. Und das beschleunigt auf jeden Fall das Spiel und sorgt für lustige Situationen. Und wenn ihr ein Deck habt, was halt sehr auf große Kreatoren zum Beispiel ausgelegt ist, kann ja trotzdem sein, dass ihr eine sehr gute Chance habt, danach noch zu gewinnen. Und dann sind auch Giftmarken so eine gute Möglichkeit, um Druck aufzubauen. Zum Beispiel der MIG bei uns hat ein Atraxa-Deck mit Giftmarken. Und das kann auch erstaunlich schnell gehen. Wenn man einmal angegriffen wird, zum Beispiel von so einem Skizirix, kriegt man vier Giftmarken. Und selbst wenn er die nächsten Male dann jemand anders angreift, kann man ja mit mehreren Karten immer proliferated werden. Das heißt, das ist halt wie so eine Uhr im Hintergrund. Die Uhr tickt und man kann sich jetzt auch nicht leisten, 10, 20 Runden nur zu rampen, denn irgendwann stehen halt die Giftmarken mal auf 10. Oder mit ganz normalen Kampfschaden geht es natürlich auch. Mit Kraterhoof Behemoth zum Beispiel. Oder Giftmarken gehen auch mit Triumph of the Hordes. Oder man nimmt einfach solche Overrun-Effekte, wenn man viele kleine Kreatoren hat. Zum Beispiel mit Kamal, Heart of Crosa oder Alechnorn kann man also auch mit vielen kleinen Kreatoren mit Kampfschaden gewinnen. Andere aggressive Decks sind beispielsweise Najila oder Yuriko, wo die auch Druck aufbauen und die Spieler einfach zwingen, irgendwie Blocker hinzulegen und auch ein bisschen zu interagieren. Denn sonst sind sie irgendwann tot und können halt nicht die ganze Zeit nur Ramp Spells spielen. So, wenn ihr also jetzt sagt, okay, ich habe so einen Gameplan, ich habe eine Möglichkeit, das Spiel auch irgendwann zu beenden, was kann ich denn noch machen? Dann bin ich ein großer Fan von diesen weißen Catch-Up-Ramp-Karten. Die sind komischerweise sehr unbeliebt. Also zumindest, wenn ich im Internet mal danach gucke, dann gibt es immer viele Leute, die sich darüber beschweren und sagen, wir brauchen ein richtiges Ramp in weiß und nicht nur dieses Catch-Up-Ramp. Aber ich persönlich, ich spiele die sehr, sehr gerne. Vor allem die Ein-Manner-Karten, nämlich Lentex, TIEF und Weathered Wayfarer. Und ich muss sagen, dass ich die auch relativ selten in den Decks von anderen Leuten sehe, aber bei mir fast immer mindestens eins oder nicht gar zwei oder drei dieser Karten in meine weißen Decks packe, weil ich die einfach extrem stark finde. Und das sind Karten, die immer gut sind, denn wenn ich nicht gerade anfange, die Chance ist ja im 4-Player, Multiplayer nur 25%, dann bringen die mir fast immer was. Und ja, die Karten sind also auch so gut, wenn ich nicht gegen ein Land-Ramp-Deck spiele. Aber wenn ich gegen ein Land-Ramp-Deck spiele, dann sind diese weißen Catch-Up-Ramp-Karten besonders gut, weil ich die dann auch viele, viele Züge hintereinander benutzen kann. Allerdings, die Sachen, die ich halt oft so sehe, das sind dann eher so diese eher teureren Sachen, zum Beispiel Archeomancer's Map für drei Mana-Artefakt, ein weißes und zwei beliebige. Da kriegt man zwei Basic Plains auf die Hand. Und dann immer, wenn bei einem Gegner ein Land ins Spiel kommt und der hat mehr Länder als man selber, kann man ein Land aus der Hand ins Spiel bringen. Und ja, von solchen Karten bin ich auch nicht so begeistert, aber gucken wir uns doch mal diese Ein-Mana-Karten an, falls ihr die nicht kennt. Also Land-Tags kostet nur ein weißes Mana, ist eine Verzauberung und sagt, dass ich in meinem Upkeep, wenn ein Gegner mehr Länder hat, als ich, mir drei Standard-Länder auf die Hand nehmen kann. Und das ist ja quasi drei Karten ziehen für eins, wie so ein Ancestral Recall. Gut, es sind Basic Lands und gut, es geht nur, wenn einer mehr hat. Aber ich finde die Karte trotzdem extrem stark. Und besonders, wenn der Gegner ein Land-Ramp-Deck spielt, kann man die also mehrmals hintereinander machen. Sonst in der normalen Runde kann man das vielleicht ein- oder zweimal machen. Dann haben vielleicht alle mal einmal ausgesetzt mit Länderlegen, weil sie mal kein Land hatten. Und dann hört es auch irgendwann auf. Aber gegen so ein Land-Ramp-Deck, da kann man das ja jeden Zug benutzen und kriegt also einen unglaublich großen Vorteil durch diese Ein-Mana-Land-Tags. Und damit kann man auch viel mehr Länder halten, also, Entschuldigung, viel mehr Hände halten. Wenn man nur ein Land auf der Hand hat und man ist zum Beispiel schon bei Mulligan auf fünf, dann kann man ja trotzdem mit einer Ebene das halten mit der Land-Tags und hoffen, dass die nicht entfernt wird und dann sehr oft noch zurück ins Spiel kommen und vermeiden, dass man Mulligan auf vier machen muss und dann vielleicht gar kein Land hat und überhaupt nicht ins Spiel kommt. Und klar, irgendwann muss man dann auch abwerfen, weil man einfach so viele Karten bekommt. Aber man kann zum Beispiel mit einem Brainstorm oder einem Scroll-Rack, wenn man das im Deck hat, auch die Länder durch sinnvolle Karten austauschen. Oder vielleicht hat man ja so Karten wie ein Chrome-Mox oder ein Mox-Diamond, mit der man auch Karten schnell aus der Hand loswerden kann, damit man also nicht das Problem hat, Karten abzuwerfen. Aber ich denke, Land-Tags kennen vielleicht viele noch. Ich weiß zwar nicht, warum die meisten Leute die nicht spielen, aber ich denke, die ist noch relativ bekannt. Dann gibt es TIEF, die sehe ich noch wesentlich seltener. Auch Old Border, klasse Artwork, kostet ein weißes Mana auch, ist aber ein Instant und der sagt, dass man seine Bibliothek nach einer Ebene durchsuchen kann. Und im Gegensatz zur Land-Tags muss es zwar eine Ebene sein, kann aber auch eine Non-Basic-Ebene sein, also zum Beispiel ein Shock-Land oder ein Doppelland. Und das ist sehr, sehr gutes Mana-Fixing. Und wenn ein Gegner mehr Länder als man selbst hat, dann darf man sich da nämlich sogar zwei Ebenen raussuchen. Und das ist extrem gutes Color-Fixing auch für Decks mit vielen Farben. Zum Beispiel, wenn ich Brea spiele, die ist ja Rot, Weiß, Blau und Schwarz. Und wenn ich da mit einem Plateau anfange und eine TIEF spiele, ein Gegner hat zwei Länder im Spiel, dann kann ich mir die Tundra holen und das Crub-Land. Und sofort von Runde 1 ab ist mein komplettes Mana sichergestellt. Ich habe also alle vier Farben. Gut, es reicht immer noch nicht ganz für Brea, weil ich brauche ja vier Mana. Aber ich habe trotzdem schon sichergestellt, dass ich alle Farben, die ich in diesem Deck brauche, zumindest einmal habe. Und dann die wahrscheinlich stärkste dieser Ein-Mana-Catch-Up-Ramp-Karten ist der Weathered Wayfarer, auch ein weißes Mana. Nomaden-Kleriker 1-1, auch Old Border und schönes Artwork. Und kostet auch gar nicht mal so viel. Also TIEF ist ja auf der Reserved-List und Lantex ist relativ teuer. Aber Weathered Wayfarer ist auch noch relativ erschwinglich. Wurde, glaube ich, auch ein oder zweimal reprintet. Und der hat die Fähigkeit, wenn man ein weißes bezahlt und ihn tappt, dann darf man sich die Bibliothek nach einem Land durchsuchen und das auf die Hand nehmen. Und das geht auch nur, wenn ein Gegner mehr Länder hat. Im Gegensatz zur TIEF bringt es einem nur was, wenn wirklich ein Gegner mehr hat. Die TIEF hat ja noch den Fall, dass man nur eine Ebene bekommt. Aber warum das meiner Meinung nach der absolut stärkste Catch-Up-Ramp-Mechanismus ist, liegt daran, dass man sich ein beliebiges Land holen kann. Und das ist extrem flexibel. Also wenn man eine bestimmte Farbe braucht, okay, dann holt man sich das. Aber man kann sich ja auch zum Beispiel ein Bojuka-Bock holen, um den Friedhofs-Spieler zu stoppen. Oder man braucht selbst sehr viel Ramp und spielt mit Grün, dann holt man sich ein Gears Cradle. Oder man hat Angst vor einem Counterspell, dann holt man sich halt die, wie heißt die nochmal, Cavern of Souls, damit die Kreatur nicht gecountert werden kann. Also das ist eine Karte, die sehr, sehr vielfältig ist. Und ein Vorteil von TIEF und Weathered Wayfarer ist, dass man die Effekte mit Instant Speed spielt. Und das bedeutet, es gibt da auch einen kleinen Trick, wenn keiner mehr Länder hat, aber man hat ein Fetchland, kann man Fetchen und dann in Response auf das eigene Fetchen die Fähigkeit auslösen. Und nachdem man das Fetch geopfert hat, aber bevor das Land dann ins Spiel kommt, was man sich raussucht, kann man also das aktivieren und dann nochmal den Effekt bekommen. Und ja, wenn ihr aber sagt, okay, die Karten sind euch vielleicht zu teuer, ihr sucht eher was, eine Budget-Alternative und ihr hofft nicht Proxien, dann ist Gift of Estates vielleicht was für euch, kostet ein beliebiges und ein weißes. Ist also schon doppelt so teuer. Und es funktioniert auch nur, wenn ein Gegner mehr hat. Aber in dem Fall darf man sich sogar drei Ebenen auf die Hand nehmen. Sehr, sehr starke Karte auch. Ich finde auch schönes Artwork, Old Border und es gibt auch eine wirklich klasse Variante aus den Mystical Archives, die auch ein sehr, sehr schönes Artwork hat. Und da gefällt mir auch das Edged Foiling sehr gut. Also ich weiß nicht genau, ob es das... Es kann sein, dass es da Unterschiede gibt zwischen der europäischen und der amerikanischen Foiling Variante, aber es gibt auf jeden Fall eine Variante vom Edged Foil, was mir normalerweise nicht gefällt, weil es immer so dunkel ist, aber gerade in den Mystical Archives haben die solche gelben Linien und beim Edged Foil sind eben nur diese gelben Linien so golden gefoilt und das Artwork ist noch normal. Und das sieht wirklich gut aus, wenn man nicht die Old Border Variante haben will vom Gift of Estates. Und dann gibt es noch den Deep Gnome Terromancer. Kostet ein beliebiges und ein weißes, ein relativ neuer Gnome Wizard aus diesem Jahr. Der hat Flash, ist eine 2-2 und der hat die Fähigkeit, dass immer wenn bei einem Gegner ein Land ins Spiel kommt und das wurde aber nicht gespielt, hilft also nur gegen manche Effekte, also nicht zum Beispiel gegen Asusa, aber wenn die dann ein Fetchland benutzt zum Beispiel, dann darf man seine Bibliothek nach einer Ebene durchsuchen und diese Ebene ins Spiel bringen, und zwar getappt. Und das darf man nur einmal pro Zug machen. Habe ich bis jetzt leider noch nicht den Platz gefunden, aber ich spiele ja auch nicht so oft gegen Land Ramp Decks, wenn das bei euch auch der Fall ist und die Karten, die Länder dann auch oft ins Spiel kommen, ohne gespielt zu werden, dann könnt ihr das einfach mal ausprobieren und mir Bescheid sagen, wie gut das funktioniert. Also ich denke, das ist nicht schlecht. Und dann gibt es noch weitere solche Catch-Up Ramp Karten, die ich aber nicht so stark finde, zum Beispiel Night of the White Orchid. Das ist ein Ritter für zwei weiße Mana, der einem, wenn jemand Mehrländer hat, eine Ebene ins Spiel bringt, aber halt nur eine finde ich jetzt nicht so toll. Dann gibt es diesen Cartographer's Hawk für ein beliebiges und ein weißes 2-1 fliegend. Den kann man auf die Hand nehmen, wenn man einem Spieler mit Mehrländern Kampfschaden macht. Und dann darf man sich eine Ebene getappt ins Spiel bringen, finde ich aber irgendwie zu langsam. Archeo Mancers Map hatte ich schon gesagt, ist nicht so mein Ding. Dann gibt es noch den Keeper of the Accord, der kostet vier Mana, drei davon beliebig, eins weiß, drei, vier Mensch, Soldat. Und der sagt, am Anfang des End Steps von jedem Gegner bekommt man einen weißen 1-1 Soldier Token, wenn der mehr Kreaturen hat. Und wenn der mehr Spieler hat, dann darf man sich eine Basic Plains getappt ins Spiel bringen. Also wäre jetzt nicht so mein Ding, weil es relativ teuer ist für vier Mana und auch relativ situativ. Deswegen, man will ja sein Deck auch nicht zu stark in eine bestimmte Richtung ausbauen. Wenn er aber sagt, okay, er spielt eigentlich so gut wie immer gegen solche Landram Decks, dann könnt ihr es ja einfach mal ausprobieren, wenn es irgendwo reinpasst. Vielleicht bringt es ja was. Und dann gibt es noch den Boreas Charger. Das ist ein Pegasus, fliegender, weißes und zwei beliebig Mana, 2-1 fliegend. Und der sagt, wenn er ins Spiel kommt, kann man einen Gegner aussuchen, der mehr Länder hat. Und dann darf man sich so viele Ebenen raussuchen, wie die Differenz ist. Also wenn ihr jetzt z.B. sieben Länder habt, ihr habt vier, kriegt ihr also drei Länder auf die Hand. Und eins davon dürfte getappt ins Spiel bringen. Und ja, finde ich halt auch zu situativ und bringt vielleicht nicht so viel. Aber er sagt, wenn er das Spielfeld verlässt, er muss also nicht sterben. Deswegen könnte man überlegen, wenn ihr z.B. ein Blink Deck spielt und sagt, ihr könnt ihn ganz oft hin- und rausblinken, dann könnt ihr diese Fähigkeit sehr oft benutzen. Und dann, wenn ihr sagt, ihr spielt wirklich nur immer gegen solche Land-Ramp-Decks, könnt ihr sehr gerne auch mal ausprobieren. So, aber das waren ja jetzt die weißen Karten. Wie sieht es denn bei den anderen Formen aus? Gibt es da irgendwelche Karten, die das bestrafen, wenn man Länder ins Spiel bringt? Also die gibt es z.B. schon ganz, ganz lange. Aus Altenpfarr gibt es den Ankh of Mishra, der macht neben zwei Schaden, der ein Land ins Spiel bringt. Ähnlich funktioniert auch Susu, der Punisher. Das ist eine rot-rot-beliebiges legendäre Kreatur Goblin Krieger 2-2 und der hat denselben Effekt. Und dann gibt es auch noch den Tunnel-Ignus, der kostet ein rotes und beliebiges 2-1 in Elementar und der macht drei Schaden zu einem Spieler, wenn er ein Land ins Spiel bekommt. Das ist aber nicht das erste, das in diesem Zug reinkommt. Und dann gibt es auch noch Karten, die dem Spieler insgesamt Schaden machen für die Länder, die er hat. Also für Non-Basic, da gibt es den Price of Progress, der macht zwei Schaden für zu jedem Spieler, für jedes Non-Basic, was er oder sie hat. Und der Anathomancer ist eine Kreatur, 2-2 Zombie Wizard, ein beliebiges Rot und Schwarz, der macht nur einmal so viel Schaden, wie der Spieler Non-Basic Lands hat. Aber zu einem Zielspieler, das heißt, man selber bekommt den Schaden nicht und für sieben kann man den noch anörfen. Allerdings finde ich diese Karten nicht so gut, also ich würde sie persönlich nicht in meine Decks packen, weil sie einfach zu situativ sind und außerdem diese zwei Schaden, die man nur einmal macht oder drei Schaden, es reicht einfach nicht aus. Vielleicht könnte man es probieren, wenn man wirklich sagt, man spielt fast immer gegen solche Land-Ramp-Decks und man spielt vielleicht mit Torbrand, der Commander, der Rote, der sagt, dass die roten Fähigkeiten oder roter Schaden um zwei erhöht wird, dann würde es natürlich wieder mehr wehtun und dann sagt, okay, wir sind so, 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 dass man dann vier Schaden macht für jedes Land, das überlegt sich der Ramp-Spieler dann vielleicht doch nochmal. Aber so im Allgemeinen finde ich diese Karten einfach nicht gut genug und zu situativ. Dann gibt es Ruination, das alle Non-Basic Lands zerstört. ist eine gute Karte, aber vielleicht gar nicht mal so gut gegen diese Land-Ramp-Decks, weil die ja oft wenige Farben haben, aber trotzdem, ihr könnt es mal ausprobieren, also ich spiele es beispielsweise in meinem Monoroten Magda-Deck, also wenn ihr ein Monorotes Deck habt, das ist halt allgemein gut gegen Decks mit vielen Farben vor allem, aber es könnte bei Land-Ramp-Decks vielleicht auch noch was stoppen. Dann gibt es den Sire of Stagnation, das ist sowas für zum Beispiel für Reanimator-Decks, kostet halt sechs Mana, ein blaues und ein schwarzes und vier beliebige dabei, ist ein Eldrasi ohne Farben und er sagt halt, wenn er ins Spiel kommt, nee, wenn ein Land beim Gegner ins Spiel kommt, dann muss derjenige oder diejenige zwei Karten von der Bibliothek von oben exilieren und man zieht zwei Karten. Ist jetzt nicht schlecht als zum Beispiel als Reanimator-Ziel, aber es gibt halt blöderweise dann auch bessere in den Farben, also zum Beispiel für schwarz hätte ich halt lieber eine Scheolldred oder in blau vielleicht einen Jinn Gitaxias oder dieses Sphinx, wo man immer zwei Karten zieht, wenn jemand eine Karte zieht, finde ich jetzt nicht ganz so stark oder vielleicht, wenn man ein Deck hat, wo man schnell auf sechs Mana kommt und das eher so selber ausspielt oder er sagt, ihr habt halt schon die Scholldred und den Jinn Gitaxias und alles mögliche und die Sphinx, Consecrated Sphinx, das Wort habe ich gesucht. Könnte man ja, wenn ihr braucht einfach noch mehr große Kreaturen, könnt ihr es einfach mal ausprobieren. Also ich hatte das mal im Spiel gegen mich und es war schon nicht schlecht, also es stoppt einen schon ein bisschen beim Länderlegen. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Und dann gibt es noch die Bloodmoon-Effekte, also Bloodmoon, Magus of the Moon, die sagen, dass die nicht Standardländer jetzt Gebirge sind. Davon würde ich aber eher abraten, wenn es jetzt darum geht, Landdecks zu bekämpfen, gerade die, die wenig Farben sind, also viele sind ja Monogrün oder Grün und noch eine Farbe. Ich glaube, da sind einfach zu viele Basics dabei. Ich denke, das wird es jetzt nicht so stark abstoppen. Könnte vielleicht beim Gittrock-Deck sein, wenn das Gittrock-Deck auf Kombos spielt, aber das ist ja im Casual-Bereich dann eher weniger der Fall. Kommt vielleicht aufs Land, deckt drauf an, vielleicht fällt mir jetzt keins ein, wo das so richtig viel macht. Vielleicht bei so einem Vierfarb- Vierfarb-Omnad, da könnte es vielleicht viel ausrichten, aber sonst würde ich einfach sagen, es sind gute Karten, Bloodmoon und Magos of the Moon, aber eher gedacht, um Decks mit vielen Farben zu stoppen und gegen solche Land-Ramp-Decks vielleicht nicht allzu gut und ähnlich auch mit Back to Basics. Also ich spiele halt auch Back to Basics in Decks mit sehr wenigen Farben, weil ich sowieso gerne Basics spiele, gerade um sicher zu sein vor Bloodmoon zum Beispiel oder weil ich es auch mag, dass man dann sehr viele verschiedene Artworks sich selber aussuchen kann. Aber genau, also ich würde jetzt nicht unbedingt gegen den Ramp-Deck unbedingt auf Back to Basics gehen, weil die sicher auch viele Basics haben, aber probiert es einfach mal aus. Was aber erstaunlich gut funktionieren kann gegen viele Land-Ramp-Decks sind Anti-Friedhofskarten, denn die spielen ja Sachen wie beispielsweise den Ramunab-Excavator oder Crucible of the Worlds oder den Ancient Green Warden, das ist so eine 6-Mana-5-7-Kreatur, mit der man auch Länder aus dem Friedhof spielen kann oder es gibt Effekte wie beispielsweise Life from the Loam, mit denen man einfach so Länder aus dem Friedhof auf die Hand bringt oder beispielsweise Splendid Reclamation, die Sorcery für 4-Mana, mit der man alle Länder aus dem Friedhof getappt ins Spiel bringen kann. Und gegen solche Effekte sind natürlich Anti-Friedhof-Karten sehr, sehr gut. Ihr könnt euch ja dazu nochmal die Podcast-Folge gegen Friedhof angucken, aber hier kurz zusammengefasst, also sehr praktisch finde ich gerade gegen Land-Ramp-Decks den Deathrite-Shaman, weil der die Länder der Gegner entfernen kann und damit sogar Mana macht und der einfach sehr flexibel ist und also auch gegen andere Decks funktioniert. Also ich spiele den in jedem schwarz-grünen Deck. Dann gibt es Rest in Peace für ein grünes, ach Quatsch, für ein weißes und ein beliebiges, die Verzauberung, die, wenn es reinkommt, alle Friedhöfe exzilliert und auch in Zukunft alles sofort exzilliert, was in den Friedhof kommen würde. Das ist die absolut stärkste Anti-Friedhof-Karte, solange man selber den Friedhof nicht benutzt. Und dann gibt es den Doughty Voidwalker für zwei schwarze Mana, der sowieso alles macht, aber unter anderem entfernt er also auch die Karten vom Friedhof der Gegner, wenn sie dort reingelegt werden würden. Dann gibt es das Bojuka-Bock. Das wird ja jetzt so im Kompetitiven eher nicht gespielt, weil es so langsam ist, aber ich finde gerade für diese Casual- und High-Power-Decks finde ich es immer sehr, sehr schön, dass man einfach ein Land hat. Das heißt, man braucht keinen extra Spell-Slot, um einen Friedhof zu entfernen. Und ja, dass es ein bisschen langsam ist, stört mich dann nicht und ich kann es auch, wenn ich mit Grün spiele und Crop-Rotation habe, das zum Beispiel mit Crop-Rotation. mir aus der Bibliothek relativ überraschend dann reinbringen und dann in diesem Anti-Friedhofs-Video habe ich ja auch sehr lobend über die Nihil Spellbomb gesprochen. Allerdings gibt es mittlerweile die Soul Guide Lantern, also auch schon wieder zwei Jahre, das ist schon eine Weile her, das letzte Video dazu. Und Soul Guide Lantern finde ich aber mittlerweile in vielen Fällen besser als die Nihil Spellbomb, denn die exiliert erstmal eine Karte von einem Friedhof, wenn sie reinkommt und wenn man sie opfert, dann entfernt sie die Karten von allen Gegner Friedhöfen. Und bei der Nihil Spellbomb war es immer nur einer. Hat natürlich den Nachteil, dass man sich aussuchen muss, ob man die opfert, um eine Karte zu ziehen oder um den Friedhof zu entfernen. Aber so insgesamt finde ich, ist das einfach die bessere Karte für das Multiplayer. So, dann je nachdem, was es für ein Landdeck ist. Es gibt ja auch viele Landdecks, die eigentlich Combo-Decks sind und das mit den Ländern, das ist nur so der Nebeneffekt, also so die eher kompetitiveren Varianten. Beispielsweise gibt es ein Titania-Deck, das Titania mit Food Chain und Command Beacon kombiniert. Die Food Chain sagt ja, man kann eine Kreatur aus dem Spiel entfernen, um so viel Mana plus 1 zu bekommen, wie die Kreatur kostet. Und mit dem Mana kann man aber nur Kreaturen sprechen. Und der Command Beacon sagt, man kann ihn opfern, um einen Commander aus der Kommando-Zone in die Hand spielen kann. Und damit kriegt man nun endlich Mana mit der Titania. Und ähnlich dem gibt es halt viele Land-Ramp-Commander, die jetzt nicht nur diesen Spielplan haben, einfach immer mehr Mana anhäufen und dann irgendwelche riesen Kreaturen spielen, sondern die mit einer Combo das Spiel gewinnen wollen, in dem dann irgendein Loop entsteht. Und dagegen gibt es ja gewisse Stacks-Pieces. Also wenn das in euer Deck gut passt, wenn ihr sagt, ihr wollt sowieso nur einen Spruch pro Runde spielen und den Rest wollt ihr irgendwelche Effekte benutzen, zum Beispiel wenn ihr ein Maya-Ele-Deck habt, dann könntet ihr also Rule of Law überlegen oder ähnliche Effekte wie Arcane Laboratory, beides drei Mana, das eine hat Blau, das eine weiß und sagt, jeder Spieler kann nicht mehr als einen Spruch pro Runde sprechen. Dann gibt es den Archon of Emeria oder das Archon, ich weiß es nicht, zwei, drei fliegende Kreatur und sagt, dass jeder Spieler nicht mehr als einen Spruch pro Runde spielen kann und die Nicht-Standard-Länder der Gegner kommen auch noch getappt ins Spiel, also auch noch sehr, sehr praktisch, um Fetch-Länder abzustellen. Finde ich jetzt also noch besser als Rule of Law oder Arcane Laboratory deswegen. Ja, ähnliche Effekte sind dann auch das Eidolon of Rhetoric oder Ita-Sworn-Canonist und es gibt natürlich noch andere Stacks-Pieces, die ihr überlegen könnt, die vielleicht praktisch sind gegen die speziellen Länder-Decks, die die Gegner spielen. Also oft sind die ja sehr Commander-zentriert und deswegen würde ein Dranith-Magistrat, der sehr, sehr hilfreich sein, der kostet ja ein beliebiges Einweis, es ist eine 1-3 und sagt, dass eure Gegner keine Sprüche von außerhalb ihrer Hände spielen können, also zum Beispiel nicht aus der Kommando-Zone. Und da diese Decks sehr oft sehr niedrig an Interaktion sind, sehr wenig Interaktion haben, kann es also auch sein, dass es eine Weile da liegt. Ihr müsst halt nur mit den anderen Spielern verhandeln, dass die das Ding nicht entfernen. Es ist auch wichtig, dass man sich da mit den Mitspielern ein bisschen abspricht. Und andere Stacks-Pieces, die hilfreich sein können, wären beispielsweise Root Maze, die sagt, dass alle Artefakte und Länder getappt ins Spiel kommen, also gerade, wenn die viel mit Fetch-Ländern arbeiten. Ich finde, das ist so ein relativ faires Stacks-Piece, kostet halt nur ein grünes Mana und ist eine Verzauberung. Es friert nicht alles auf immer und ewig ein, aber es nimmt so ein bisschen das Tempo raus. Also wenn beispielsweise jemand Azusa hat und irgendwie drei Fetch-Länder pro Runde spielen will, wird das zumindest ein bisschen verlangsamt alles. Dann gibt es Talia, Heretic, Katar, ein bisschen teuer, mit zwei beliebigen und einem weißen Mana, aber wenn ich beispielsweise ein Mono-weißes Deck habe, passt es vielleicht ganz gut rein, ist ein Soldat 3-2 Erstschlag und sagt, dass Kreaturen und Nicht-Standard-Länder bei den Gegnern getappt ins Spiel kommen. Also auch wieder verhindert nichts, aber verlangsamt alles ein bisschen. Dann suchen diese Länder-Decks ja auch oft durch viel ihre Bibliothek. Entweder die haben Tutoren, die Länder raussuchen oder die nutzen viele Fetch-Lands. In den Fällen sind dann auch Karten gut, wie Opposition Agent oder Aschiorg Dream Render. Stranglehold kann man überlegen, wahrscheinlich aber eher nur im Mono-Rot, weil es vielleicht auch noch sehr teuer ist mit einem beliebigen, einem roten. Und mein persönlicher, multifunktionaler Favorit ist ja momentan Yashan, wie ihr vielleicht schon in meinem letzten Video gehört habt. Also ich halte immer sehr, sehr viel von diesem Elementar-Bär, der kostet zwei beliebige, ein grünes und weißes ist eine 4-4, sucht einem einen Wald und eine Ebene, also beides Basic, auf die Hand, wenn er reinkommt. Und er sagt, dass Spieler kein Leben bezahlen können und keine Nicht-Land-Perminenz opfern können, um Zaubersprüche und aktivierte Fähigkeiten auszulösen. Also das stoppt unter anderem sowas wie Toxic Deluge, was jetzt in dem Fall ja nicht so wichtig ist, gegen Länder-Decks. Aber sie können wenigstens nicht mehr Fetch-Land und man selber bekommt auch noch zwei Länder auf die Hand. Finde ich für 4-Manna eine sehr, sehr praktische Karte. So, wie sieht es denn aber nun mit den härteren Anti-Land-Maßnahmen aus? Also es gibt ja zum Beispiel Karten wie Winter Orb, das kann man gut spielen, in Decks wie zum Beispiel Yorn. Da passt es gut rein, auch vom Thema. Deswegen würde ich sagen, okay, wenn ihr ein Yorn-Deck habt, könnt ihr Winter Orb spielen. Ich habe selber eins und das ist merkwürdigerweise das Deck, was ich habe, mit den meisten Deckskarten drin, aber die Gegner stört es gar nicht. Sonst, wenn ich mal einen Tanglebayer spiele, sagen die Leute, das dauert jetzt ewig. Aber Yorn ist ein bisschen eine Ausnahme. Also überrascht mich selber, aber zumindest mit den Leuten, mit denen ich spiele, die finden es gut, weil es einfach zu diesem Winterthema passt. Aber ansonsten ist ja Winter Orb eher ungern gesehen in solchen Casual-Gruppen. Könnt es ja mal ausprobieren. Vielleicht sagen die Leute dann bei euch, na gut, eigentlich wollen wir es nicht, aber wenn jetzt die Leute so es übertreiben und das halt ausnutzen und so viele Länder rein rampen, dann vielleicht doch. Aber naja, es ist ja doch was für ansonsten für kompetitivere Decks. Also es macht halt auch nicht so viel Spaß, wenn alles so verlangsamt wird. Für so Sachen wie zum Beispiel Derevi oder Ursa oder Selvala oder auch Brea, wenn man sehr viel Artefakt-Mana hat. Könnt ihr das mal ausprobieren, aber ja, das klang jetzt doch eher so, als wäre das doch eher eine Casual-Gruppe oder so ein bisschen High-Power vielleicht noch. Da wäre das vielleicht eher nicht so geeignet mit dem Winter Orb. Ja, ähnlich ist das mit Massland Destruction wie beispielsweise Armageddon oder Webridges of War. Das sind beides vier Männer weiße Hexereien, die alle Länder zerstören. Vielleicht wenn man sowas wie Narset spielt oder Lavinia, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt hier, also bei Narset sage ich, wenn ich einmal die Narset im Spiel habe, ist mir egal, dann spiele ich sowieso alles mit der Narset. Oder mit Lavinia sage ich, okay, dann kann keiner mehr was casten, selbst mit seinem Artefakt-Mana, weil die Lavinia sagt ja, man kann nichts mehr casten, also keine Non-Creatures mehr casten, die mehr kosten als die Anzahl der Länder, die man hat. Aber auch hier, das ist dann eher wieder der High-Power bis Competitive-Bereich, also im Casual-Bereich passt es vielleicht nicht so gut. Und genauso ist es vielleicht auch mit Cataclysm. Also wenn man sowas wie Narset spielt, kann man auch sagen, okay, Cataclysm kostet zwei Weiße, zwei Beliebiger und sagt, dass jeder von seinen permanenten, also von seinen bleibenden, Karten, ein Artefakt, eine Kreatur, eine Verzauberung und ein Land aussucht und den Rest opfert. Aber auch hier, das kann das halt noch mehr in die Länge ziehen. Wenn ihr sowieso sagt, ihr habt so eine, ja, gemütliche Runde, die so schon stundenlang geht und wo jetzt keiner so eine richtige Gewinn-Condition habt, hat und dann spielt halt jemand Cataclysm und geht halt alles nochmal drei Stunden länger, ist vielleicht nicht unbedingt das, was ihr wollt. Und meistens auch nicht unbedingt das, was in euer Deck reinpasst. Also, ja, Narset ist jetzt auch das einzige Deck, wo ich sage, das, wo, da passt es halt sehr gut rein. Aber es ist halt auch eher ein Deck für die höheren Powerlevels. Ja, fassen wir das einfach nochmal zusammen. Was würde ich also generell sagen gegen solche Länderdecks? Also das Erste wäre natürlich mit denen sprechen und sagen hier, wenn ihr sagt, ihr wollt lieber auf einem niedrigen Powerlevel gemütlich spielen, dann würde ich halt sagen, okay, vielleicht spielst du das nicht mehr oder machst das ein bisschen schwächer. Oder man muss es ja nicht unbedingt schwächer machen, man kann es auch einfach ein bisschen anpassen, dass es mehr Interaktion hat. Dann ist es halt schwächer gegen schwache Decks und stärker gegen starke Decks, was ja eigentlich das ist, was man will. Oder, ja, aber wenn ihr sagt, okay, nee, die wollen das halt spielen, okay, das sind alle einverstanden damit, ich will nur mein Deck ein bisschen verbessern, dann passt also darauf auf, dass ihr diese Key-Value-Engines zerstört, sowas wie Oracle of Mudaya oder allgemein, diese ganzen Karten, die spielen ja sehr viel davon, zum Beispiel Ramunab-Excavator, einfach Karten, die jede Runde mehr und mehr und mehr Value bringen, bis ihr dann irgendwann so weit in den Ressourcen hinten seid, bis ihr das halt nicht mehr wieder aufholen könnt. Dann habt einen klaren Spielplan, also braucht irgendwas, um das Spiel irgendwann zu gewinnen, ob das so eine Kombo ist, zum Beispiel was mit Bolas Citadelle oder einfach Kampfschaden, den Gegner irgendwann zu überrennen, zum Beispiel mit Kraterhuf behiebnet, aber habt ihr irgendwie einen Plan, wie ihr das Spiel irgendwie beendet, wie auch immer das passiert, aber wenn das Spiel also endlos lange dauert und keiner hat eine Win-Condition, dann wird natürlich der Spieler mit der Ressourcen-Übermacht quasi automatisch gewinnen. Dann als nächster Tipp, nochmal zusammengefasst, diese Catch-Up-Weißen-Ramp-Karten finde ich besser als ihr Ruf, aber vielleicht nicht diese bekannten Sachen für 4-Mana, sondern so meine persönlichen Favoriten sind also die Tithe, Weathered Wayfarer und die Lentex. Dann als nächstes vergesst nicht den Friedhofs, Friedhofs-Removal, zum Beispiel Rest in Peace oder Doughty Voidwalker, weil also diese Lender-Decks oft sehr viel aus dem Friedhof operieren. Dann guckt mal, welche Stax-Karten gut in euer Deck passen und die Lender vielleicht ein bisschen verlangsamen, sowas wie Root Maze, aber ich würde eher von sowas abraten wie Winter Orb, weil es erstens in die meisten Decks nicht reinpasst und der auch, wie Florian selber gesagt hat, in diese Casual Metas nicht so gut reinpasst. Dann Opposition Agent, auch wieder so ein Stax-Piece oder 300 Magistrat, was also dieses Durchsuchen stoppt oder einfach allgemein den Commander-Countern ist am besten bei vielen landbasierten Decks, weil die sehr stark auf den Commander aufbauen oder halt zerstören. Oder verhindern, dass überhaupt gespielt wird mit dem 300 Magistrat oder wenn man den mit Oko zum Elch macht, dann kann man den nicht mal nochmal spielen. Denn das Problem ist ja zum Beispiel beim Omnath oft, dass der Gegner dann irgendwann 15 oder 20 Lender hat, kann man den halt dreimal zerstören, der spielt den einfach immer wieder, aber wenn man den zum Elch macht, dann geht das halt nicht. So, das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter und ihr könnt mir ja Bescheid sagen, ob euch das weiter geholfen hat nach euren nächsten Spielen gegen Lender Decks und ich beantworte gerne in den nächsten Episoden weitere Hörerfragen. Bis zum nächsten Mal, euer Konrad. Decksanax. 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 Vielen Dank.